So, die Globus TV bleibt dran. Die Zeit ist zu spannend. Ja, wir erleben gerade eine spannende Zeit. Mr. Kent ist bereit. Die Putters sagen, wir tanzen mit dem Ball. Sehe ich aus, als wäre ich ein Werkzeugkasten? Wozu brauchst du einen Maulschlüssel? Der Cowboy hat gesprochen. Der Cowboy. Alter. Hallo Cowboy. Hier ist Mr. Kent. Der Deutsche. Lutscht lieber an das Eis. Die Bahn hat schon die Lichter an. Geschossen wird jetzt. Jungs, Jungs. Immer mit der Ruhe. Die Amerikaner sind da. Sie sagen, hallo Gussi. Wir spielen lieber Football. Wo hast du das Ei gelassen? Digger. Die Zaale. Die Zaale hat ihn mitgenommen. Die Zaale hat ihn mitgenommen. Die Zaale hat ihn mitgenommen. Das ist ein sehr schweres. Das ist ein sehr schweres. Das ist ein schweres.